guten morgen durch hat man heute ist richtig heiß heißes wetter angesagt 30 grad ist allerdings erst halb zehn deswegen ist es noch nicht so heiß und ich zeige euch was was wir gemacht haben wir stellen immer die mülltonne davor das tor dass wir mitbekommen wenn einer hier reinkommt weil ein tag ist schon hier hier waren andere gäste zurzeit sind wir alleine hier und das wird auch wohl den rest des urlaubs so bleiben aber andere gäste waren hier und haben die tür aufgemacht und ja smuffy ist rausgerannt in die walachei er ist dann wieder gekommen als wir ihn gerufen haben aber der schock war natürlich erstmal groß und deswegen damit wir das mitbekommen haben wir die mülltonne da hingestellt wenn jemand kommt oder geht dann können wir reagieren ich genieße das so da ist unser feigenbäumchen das haben aus deutschland mitgebracht vom aldi hat während das glaube ich mitgenommen und das war die ganze zeit bei uns auf der arbeit im laden und da ist ja so gewächshaus ähnliche zustände sind da deswegen haben wir das jetzt erst hier geschützt hingestellt und heute ist er den ersten tag hier so dass es gleich die sonne ab bekommt und das wollten wir uns am haus einpflanzen mal schauen ob da ein paar feigen kommen hört man echt nichts außer die tiere schön hier habe ich schon die erste maschine wäsche gewaschen und wir haben schon eine neue waschmaschine hier in der pension die ist richtig toll habe ich mich sehr gefreut eine waschmaschine damit kann man mich glücklich machen ich habe da schon jetzt die betten abgezogen gerade also nur diese spannbett lagen und die was ich jetzt dass die einmal sauber sind gestern waren wir auf dem hundestrand oder an dem hundestrand in von j und der ist so super ich habe es leider nicht gefilmt ich habe es mir immer vorgenommen aber ich habe es vergessen aber geht da mal hin wenn ihr einen hund habt der sehr zu empfehlen wir haben für drei personen und den smurphy 1800 hof bezahlt da ist alles eingezäunt und wir hatten halt angst dass da ja keine ahnung doofe hunde sind oder so dass es da beißereien gibt aber gar nicht die haben sich super verstanden alle das riesengroß es war gar nicht überlaufen sehr zu empfehlen das war wirklich schön jetzt sich auch in ballaton reingelegt doch das kann ich mal einblenden das habe ich nämlich gefilmt er genießt das total ich habe ihn noch nie so nass gesehen das ist schön da kann er richtig stehen aber das ist ja eigentlich wasserscheu er mag nicht so gerne wasser aber das fand er dann doch recht erfrischend das war immer so hat er sich da reingelegt ja ich bin alleine heute hier an der pension gernd und calvino die machen ein männerabend männerabend männer tag die sind nämlich nach salakaros oder talakaros oder wie auch immer das heißt in dieses erlebnisbad gegangen da sind ganz viele rutschen und das war ganz toll dort weil es hat mega gute bewertungen und da sind die heute schon ganz früh losgefahren und ich bleib hier an der pension ich war jetzt erstmal schön duschen ganz in Ruhe und hab mich eingecremt und ich hatte mir neue sachen geholt den tag ich brauchte unbedingt neue unterwäsche größere weil mir passt nichts mehr weil der bauch jetzt halt logischerweise immer größer wird ich habe mir so oma schlüppis geholt die so bis in den bauch gehen und die sind so gemütlich das tut so gut habe ich mir jetzt eine angezogen voll toll solche habt ihr auch bei calvino in der schwangerschaft und die sind so schön ja und ja ich hab halt wäsche gemacht dann witz ich gleich die betten und ähm krieg einmal durch halt sonst hausfrauentag dass alles ordentlich ist wir bekommen nämlich heute abend besuch wir machen eine kleine grillparty und da muss ich noch einiges vorbereiten ähm ich muss maiskolben kochen Kartoffeln kochen Tzatziki machen äh Pilze und sowas haben wir alles gestern schon eingelegt Bernd hat der Krautsalat gemacht ja das muss ich gleich alles machen und ja dann kriegen wir Gäste ein bisschen umstellen und wir haben uns immer so einen Einmalzell hier geholt die sind für 5 nicht Einmalzell so für 5 Euro gibt es die in Deutschland an Tankstellen und so und dann nach dem Urlaub haben wir die entsorgt und die gab es diesmal nicht deswegen hat Bernd so einen Grillrost geholt und das ist auch echt schwer und wir haben überlegt was wird das was wird das hier hinten zeige ich euch hier ist nämlich eine Lagerfeuerstelle da die wollte der Bernd dann einmal leer machen und alles aufräumen und dann Feuerchen machen und dann hinterher das Grillrost da drauf und dann da drauf grillen so ist der Plan und dann wollten wir halt hier oder ich mach das nachher hier haben wir so Bierzeltanituren aufbauen dass wir dann zum Essen hier hingehen weil das ist sonst so weit dann ist halt der der grillt hier hinten das ist ja auch doof deswegen so ist das geplant könnt ihr es mal von hier sehen unsere Pension in Ungarn hier sind wir immer bis unser Haus fertig ist und normalerweise ist hier jedes Jahr hinterm Haus gucken ach hier der Schlüssel steckt dann kann ich euch das zeigen hier ist nämlich auch noch Garten das ist ja auch eingezäunt alles könnte der Etti hier sogar auch laufen na egal wer mehr den Garten das reicht ja und hier ist normalerweise alles Gemüse angepflanzt und auch im Gewächshaus alles voll aber dieses Jahr nicht das ist dann immer komm hier Smurphy nee 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 nicht die bleiben hier ähm das ist dann für die ärmeren Menschen hier so wurde uns das erzählt also oder die krank sind nicht arbeiten können kein Geld verdienen können oder sich das einfach nicht leisten können oder eine Unterstützung brauchen die bekommen dann hier so Gemüse und so weil hier auf dem Land viele aus ihrem Garten leben aber ja manche können halt nicht mehr so im Garten arbeiten und da fanden wir das immer so toll dass die das machen aber dieses Jahr nicht so aber wir sind jetzt auch noch nicht so lange hier da konnten wir noch nicht so viel erfragen ach habe ich auf Facebook schon geteilt die die mir auf Facebook folgen und haben diese wunderschöne Tasse schon gesehen die habe ich mir in Kap Salantoti gekauft auf dem Markt oh der war so herrlich der Markt wieder da müsst ihr also wenn ihr in Ungarn seid geht da unbedingt hin Kap Salantoti sonntags ist dieser Markt das ist so ein schöner Bauernmarkt so einen schönen Bauernmarkt habe ich noch nie gesehen da gehen wir diesen Urlaub jedes Mal hin glaube ich das ist so toll ja und da haben die so viele handgemachte Sachen und diese Tasse fand ich so wunderschön so und jetzt gibt es ein Käffchen nach dem Morgen nach dem Morgen der Baby jetzt auch gut alles wunderbar ich muss euch mal ein Schwangerschaftsupdate drehen das ist mir heute eingefallen der Kaffee ist kalt egal Eiskaffee naja wo ist er planner er vermisst Herrchen und Casino er vermisst Herrchen und Casino guck's auch an Das werde ich jetzt nämlich erstmal ein bisschen hinlegen und sonnen, weil jetzt ist ja herz 10, jetzt werden die Sonne tanken und dann wenn die heiße Mittagssonne kommt, dann gehe ich rein, weil hier drin ist es doch kühl, weil hier dieses mega Vortag ist, dann ist es drin richtig schön kühl und dann kann ich da fegen und alles, dann lege ich mich ja nicht in den Mittagssonne. Ich wollte jetzt schon mal den Tzatziki hier vorbereiten für heute Abend und da wollte ich euch zeigen, was wir alles geschenkt bekommen haben. Das ist alles aus dem Garten. Diese Gurken, Paprika haben wir bekommen und die sind so lecker. Das sind ja eigentlich so Einlegegurken. Ich schäle die jetzt halt, weil die Schale sehr hart ist. Normal würde ich die mitessen und die sind richtig, die schmecken richtig toll nach Urke. Und hier haben wir auch noch in unserer Vorratskammer. Das hier, ja, vielleicht kann mir mal jemand sagen, was das für Blätter sind. Es wurde gesagt, das sind Kohlrabi-Blätter, aber die sehen eigentlich anders aus und die soll man im Salat mitessen können. Schreibt mir das mal bitte rein. Ich dachte erst Weinblätter, aber ich bin mir nicht so sicher. Dann haben wir eine riesige Zucchini bekommen, Kartoffeln und eine Kohlrabi. Oh, lecker. Total toll, da habe ich mich richtig gefreut. Und das hier sind, ähm, ja, das hatte die Bernd noch eingekauft. Zwiebeln haben wir auch bekommen aus dem Garten. Die sind jetzt aber schon verarbeitet alle. Und hier holen wir, wenn wir einkaufen gehen und Kartoffeln kaufen, holen wir immer diese roten Kartoffeln. Die mögen wir besonders gerne. Und die koche ich hier auch gerade schon mal vor. Die gibt es heute Abend nämlich aus dem Grill oder halt aus der Kohle. Und damit die nicht so ewig lange brauchen, koche ich die vor, genauso wie die Maiskolben. Und das wird rein. Aber wenn ihr das riechen könntet, die riecht so richtig toll nach frischer Gurke. Habt ihr die Kuh gehört? Richtig toll. Wir waren gestern hier spazieren mit dem Snurphy. Und ja, dann wurden die Kühe von einer Weide zur anderen getrieben. Ja, wir sind natürlich stehen geblieben, haben zugeguckt. Das sieht man nicht alle Tage, also zumindest nicht da, wo wir herkommen. Ja, total toll. Sorry, dass ich euch immer einen vorschwärme, aber ich find's hier echt richtig schön. Und ich bin immer traurig, wenn ich wieder abreisen muss. So. Jetzt ist der Snurphy aufgewacht. Und ich bin immer traurig. uns alle habe ich Gurkensalat gemacht mit Zwiebeln, dann diese Schlagfix Sahne, Essig und Zucker und hier sind ein paar Gurkenscheiben mit Schale, die sind noch vom Frühstück, die habe ich jetzt einfach mit da reingeschmissen. Das kann jetzt schön durchziehen und hier ist der Tzatziki, der kann auch schön durchziehen bis heute Abend. Ja, und den Mais bereite ich schon mal vor. So, das ist der Partikühlschrank, hier ist alles drin, was wir so brauchen. Heute Abend. Wir haben noch einen, wo unser alltägliches Zwiebeln drin ist. Oh Mann, ach, voll perfekt. Aber so kann ich es euch besser zeigen. Hier haben wir Zucchini und Champignons und Zwiebeln eingelegt in Sojasauce und Gewürze und Öl und alles mögliche. Das kommt heute Abend auf den Grill. Jetzt muss ich hier wieder alles richtig machen. Und hier befindet sich der Krautsalat, den der Bernd vorbereitet hat. Der ist schön in Öl und Zucker und alles mögliche eingelegt mit Zwiebeln und Paprika. Und dann gibt es nachher Krautsalat. Und hier habe ich mir halt einen Teller schon hingestellt, weil ich muss den natürlich jetzt probieren. Den hat der Bernd gestern Abend schon gemacht. Beziehungsweise wir beide. So. So. Schön runterdrücken. Und das darf ich jetzt probieren. Dann teste ich jetzt mein Opfer mich jetzt. Unglaublich. Also richtig gut schmeckt der erst nach ein paar Tagen. Aber jetzt ist der auch schon richtig lecker. Wie vom Griechen. Und so schnell gemacht. Das Rezept hat Bernd auch in unser Kochbuch geschrieben, was hoffentlich dieses Jahr noch fertig wird. Ihr dürft gespannt sein. So. Ich teste jetzt mal hier das Essen. Ich habe mir schön eine Kartoffel mit Tzatziki gemacht. Und noch etwas Gurkensalat. Und dann probiere ich das erstmal alles hier. Und der Bernd hat sich gerade gemeldet aus dem Schwimmbad. Und die sagen, das ist total super da. Da gibt es alles zu essen. Langosch, alles mögliche. Weil gestern am Hundestrand, wo wir waren, da gab es nur Hotdogs. Und wir wollten eigentlich eine Pommes dort essen. Hatten nicht so viel Essen mitgenommen. Und haben dann etwas gehungert. Aber war jetzt nicht so schlimm. Wir hatten halt ein paar Brötchen dabei und sind dann nach viereinhalb Stunden oder so wieder abgehauen. Aber in dem Schwimmbad in Salakaros, da gibt es alles, hat er gesagt. Pommes und Langosch und Burger. Alles mögliche. Und das ist super toll. Calvino freut sich. Und die haben jetzt gerade Pause gemacht und ein paar Brötchen gegessen. Jetzt geht es wieder los mit dem Rutschen. Und das ist drinnen und draußen und Turborutschen, die erst ab 12 sind. Oder, weiß ich nicht, 30 oder 50 Kilo. Da geht Calvino noch nicht drauf, sagt er. Da wartet er noch bis nächstes Jahr. Und Bernd wollte jetzt ein bisschen filmen, dass ihr auch was sehen könnt. Und wenn er das gemacht hat, dann blende ich euch das hier mal ein. Blatt. Zum Speisen, Moment. Wir haben jetzt knapp 1.400 Tonnen bezahlt, Kurs bei 350 kann sich jeder selber ausrechnen. Guten Appetit. Ja, also sind die glücklich, wir sind hier glücklich, ich habe alles schon vorbereitet. Also nicht alles, ich muss noch Maiskolben kochen, aber jetzt mache ich erstmal ein Päuschen. Hier sind so viele Insekten, das summt hier unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ja, wir sind auch schon wieder raus, die Mutti braucht einen Tag ohne zweibeinige Männer. War aber ganz schön und die Mutti hat ihre Ruhe gehabt und konnte in Ruhe brüten. Ne? Ja. Bist auch auf Youtube dann? Ist das okay? Bitte? Ist das okay, wenn du auch auf Youtube bist? Ja. Ganz ehrlich, hat nochmal jetzt gesagt. Ja, das war der Tag für Michaela ohne ihre zweibeinigen Männer. Wir waren schön rutschen. Ich habe 18.000 Schritte, mir tut alles weh. Aber das Kind ist happy. Ja, ab nach Hause. Ich mache jetzt hier den testnahen Brot. Ob die Gewürze reichen, ob es schmeckt. Und ja, deswegen mache ich erst einen und dann kann ich zur Not noch nachwürzen. So sehen die dann aus und ja, ich probiere das jetzt mal, wie das schmeckt. Die sind dann sehr, sehr heiß, wenn die so frisch aus der Pfanne kommen, weil die ja im Öl ausgebacken sind. Das ist so lecker. Ich liebe dieses Brot. Das Naanbrot. Normal wird das mit Joghurt und Ei gemacht und ich habe es einfach veganisiert. Das ist so lecker. Kräuterbutter oder Pflanzen. Kräuterbutter machen wir ja. Und, ähm, im Krautsalat heute Abend. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe direkt, weiß nicht ob ihr es seht, weitergemacht mit dem Ausbacken. Und die Männer haben sich gemeldet, die sind auf dem Rückweg. Die kommen jetzt. Macht ihr schon Feuer? Okay. Achtung, die Kamera läuft. Nicht, dass ihr wieder falsche Sachen sagt. Ist egal. Du wirst schon nicht gestriked, weil deine anderen Videos sind so nett und lieb. Da können wir ruhig die Wörter sagen. Dankeschön. Die dann wahrscheinlich das Video ab 18 machen. Aha. So, was meinst du Michaela? Ich habe keine Ahnung. Also ich hätte die Idee, da noch etwas kleines hinzulegen, bis es da nicht runterstürzen kann. Wo ist denn die ganze Asche hin? Da haben wir rausgeschöpft. Okay. Gut. Dann verabschieden wir uns jetzt. Wir machen jetzt Feierabend. Kommt auch gleich unser Besuch. Oh. Wir haben aus einem Millionen Dingern, wurden drei Leute von Amazon Choice herausgesucht. Wir müssen draufklicken und eine Umfrage. Drei Leute waren in Deutschland. Wir sind auf Platz 2. Oh. Oh. Wenn wir Platz 1 wären, das war echt auffällig. Das war echt zu löschen. Das war echt zu löschen. Hinterher war das wirklich. Er klickt da drauf. Selbst wenn. Ja. Okay. Also wir danken euch fürs Zuschauen. Und im letzten Video wurden wir gefragt, ob wir das Haus zeigen. Machen wir morgen wahrscheinlich, ne? Morgen fahren wir zu unserem Haus und zeigen euch das mal. Ja. Wie es da so aussieht. Okay. Dann einen schönen Tag, Abend und bis zum nächsten Mal. Und ich würde auch noch Tschüss sagen. Bye, bye. Ciao.